Mercedes-Benz unterstützt mit dieser Veranstaltung die Kinder unserer Stadt. Wir sehen darin eine Förderung der sportlichen Betätigung. Gerade in unserer bewegungsarmen Zeit ist es wichtig, dass unsere Kinder neben gesunder Ernährung auch mit einem gewissen Maß an Sport aufwachsen. Sport fördert zudem den Teamgeist und es gewöhnt unseren Nachwuchs an den Erfolg, den sie dann hoffentlich alle zusammen im späteren Leben haben werden. Die Mercedes-Benz Niederlassung wünscht dem Kindernachtrennen in diesem Jahr im August viel Erfolg, viel Spaß, eine ganze Menge glücklicher Sieger und das Ganze natürlich bei allerbestem Wetter und guter Stimmung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017